Willkommen zurück zu Pony-Ease. Ich bin auf... Nein, wer schon sah? Auch, auch! Bitte antworte, wenn du noch diesen... Ja! Digger! Gut, es tut gut, dich wiederzusehen! Ja! Niemand kann schon noch da... Ja! Ja! Du hasst dich. Dennoch... Ja, trotzdem. Ich hab eine Idee. Lock dich. 2, 7, 3, 4. 2, 7, 7... Äh... 2... Eine Ewigkeit später. 6,5 Stunden später. 2,000 Jahre später. Wie auch immer, mein Plan öffnet das Durchsuchungsportal. Durchsuchungsportal. In der Tat... Ja, Scheiß, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, ein Hack-Tool. In der Tat... 2,เทige, Mann. 3, 2,300 Lehrer. 2,500 Jahre später. Ja, Definitely. 4-6 Wochen später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Denkst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf? Ein Prozent. Das ist ziemlich gut. Wer ist das? Nächsten Tag. Es war in diesem Moment, dass Jackson wusste. He fucked up. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Nein. Nein, doch. Warte. Was hat das in Kompon-Portail? Oh. Ähm. 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 Ja gut. Könnte ja auch gehen. Und gut, noch ein Ticket. 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 Gustlos. In der Tat. Was. Fleißig. Das war. Ich auch. Ich habe Pony Island ein paar Verbesserungen verpasst. Der. 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 Ah. Spielmodus. Spielmodus. Ich würde mich. Oh. Bitte haltet dich. Diesmal zurück. Cheats. Zu benutzen. Ja. Wie ich auszusagen. Ich habe nur ein kleiner Bock, dass ich mich lieb. Am Turnmodus laden. Was ist das für uns, ein Radarportal zu öffnen? Liegt dort oben. Spiel einfach mit und lass mich. Was ist das? Ein Virus! Hä? Hä? Ja... Ha, die Laserstärke! Ja... Hä? Wie hab ich das nun mal geschafft? Jetzt, nein. Ah! Ich weiß jetzt nicht. Bip, bip, bip. So, jetzt. So, Papa, geh hoch für dich. Du, 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 du. Du, da, da, du, da. Oh, mein Gott. Satan. Danke. Ja. Hey. Hey. Cheetah. 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 Nein. Das Level ist ein bisschen knifflig. Versuch erst ein Level aufzu. Ja. Du konntest hier XP... Alter, sind wir jetzt hier auf... World of Warcraft? Mein Gott. Ja, denke ich mir jetzt sogar auch. Yeah. Oh, mein. Ja. Ich bin echt bei einer Busses Pony. Ja. 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 Ähm. Wirklich? Ein Ekipi? Ein Ekipi? Ne. Ich kann die Ecke weg dich. Oh, ich muss die Ecke weg. Dann muss ich nur in die Ecke gehen. Ich muss ein Ekipiert sein. Damit ich nicht mehr kreuz. so lange mache ich das jetzt xp schon dafür ja so hier so minus 180 xp warum kannst du nicht einfach auf die da d okay net enges flügel die ich bin Dämon Weeeee! Nein! Tickets! Tickets! Ich muss einen von den Button ausfüllen. Bebebebebebe! Tickets! 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 So hier! So da! Also wir spielen mit... Nice! Nice. Münze. Nice. Äh... Okay... Das ist nur die Münze oder... Nein! Ich bin nicht zufrieden damit. Ich kann's mir vom Spannungs저... Zuhdo! Da uäh.. Zuh- Zuh- ь läge den postponed. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Als ob! Ich hoffe es gerade so passiert Yeah, ein Horn So, warte 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 So, warte